Die John Rylance Library ist ein Teil der John Rylance University Library in Manchester. Die Bibliothek wurde von Enriqueta Augustina Rylance in Erinnerung an ihren Ehemann John Rylance gegründet. Geschichte der Bibliothek Nachdem Enriqueta Rylance einen Platz an Dienstgeld im Herzen des Stadtzentrum Manchestas erworben hatte, beauftragte sie den Architekten Besitz-Champneys mit einem Entwurf, ursprünglich hatte MRS Rylance. Die Bibliothek hauptsächlich zur Unterbringung einer theologischen Sammlung bestimmt. Die Architektur des Gebäudes, ein schönes Beispiel der viktorianischen Gotik, erinnert deshalb in ihrer Erscheinung stark an eine Kirche. Den Kern der Bibliothek bildete eine Sammlung von 40.000 Büchern einschließlich vieler Raritäten, die George John Spencer gesammelt hatte und 1892 von MRS Rylance gekauft wurde. Schließlich wurde die Bibliothek am 1. Januar 1900 für die Leser geöffnet. Das Gebäude und seine Sammlung Neben der Hauptsammlung der Bibliothek, einem Lesesaal mit oben liegender Galerie, hat das Gebäude auch einen Bibel- und Kartenraum in der ersten Etage sowie Konferenz- und Versammlungsräume im Erdgeschoss. Ein Teil des Erdgeschosses war als Leihbibliothek geplant, wurde jedoch nie als solche eröffnet. Ein weiterer Teil ist für den Hausmeister reserviert. Passende weiße Marmorskulpturen von John Rylance und Enriqueta Rylance wurden von John Cassidy geschaffen und befinden sich jetzt im Lesesaal der Bibliothek, Postanschrift, 150 Dienstgeld, Manchester M33EH, United Kingdom. Antwerp von Tonnen Nachdenkliff Vielen Dank.